Hör mal den Jammerlappen auf da. Oh, halt ein Lapp. Ich hab keinen Dampfschoner wie du. Er hat halt kein Trainingslager. Nix unvorbereitet wie... Das ist halt... Wie die Jungfrau zum Kind. Ach Gott. Die Schwäne musst du noch nehmen. Die Schwäne. Sind die wieder langer Hils, gell? Ja Ja. 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 Ja.